Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Infamous Part 5 Und weiter geht es hier Blutspur Okay Moir, was jetzt? Ja genau Einer meiner Kontakte, ein Elektriker namens Brandon Carey, hat sich gestern nicht zurückgemeldet Er ist sehr wichtig, Sie müssen ihn finden Er wurde zuletzt in der Straße gegenüber Ihrem Standort gesehen Ich will mein Hütchen wieder finden Okay Das müsste hier sein Ihr Mann ist nicht hier Moir, nur eine tote Frau Eine Frau? Das ergibt aber keinen Sinn Moment mal Untersuchen Reaver! Nein! Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Wo bringen Sie ihn hin? Brandon! Wow! Was ist passiert? Ich hatte eine Vision Die Reaper haben Brandon gekidnappt Das ist seine Frau, Linnae Ich sehe das Echo von jemandem, der wegläuft Hinterher Wir müssen wissen, was passiert ist Genau! Hinter dem Echo her Ach hier lang Wirst du wohl hier bleiben In meiner Nähe bleiben So Verdammt Was bist du denn? Den Konduit ist erledigt Irgend so ein komischer Freak war das Ach nö! Verdammt Verdammt Los! Gib mir Strom! Bamm! 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 In den Rücken Was willst du denn jetzt? FBI Agenten, Mann! Das ist los! Die beobachten uns die ganze Zeit Sie haben sogar auf dem Dach rumgeschnüffelt Unten hat einer an der Wand gelehnt Und einen frischen Apfel gegessen Wozu tolle Flache er denn her? Keine Ahnung, Sieg Aber wenn wir hier raus wollen Müssen wir da durch Genau Oh Mann! Sei nicht naiv! Sie benutzen nicht so lange es geht Aber sobald du deine Pflicht getan hast Schwupps, bist du weg vom Fenster Ah! Ihr Nerv Ich glaube, dieser Verschwungskram hat ein Hirn vernebelt Na! Kein Grund, unfähig zu werden, Alter Ich sage es nur, wie sehr es Sei vorsichtig Bamm! Ah! Verdamm' ich Das schaffe ich schon Bamm! Geht Drauf! Wo seid ihr? Man sieht die kaum Besonders, weil ich müde bin Ja, ha ha ha! Bamm! 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 Nein! Bamm! 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 Ist hier noch jemand? Einer. Bumm. Bzzzzt. Und? Was? Ich habe mir durch die Wand geglitscht. Oh, oh. Oh, oh. Einer dieser Verrückten hat eine ganze Verteilerstation hochgejagt. Mann, ich glaube, mein Schädel platzt gleich. Okay. Der Europa reagiert darauf, dass kein Strom mehr da ist. Sie müssen sich zusammenreißen und Carry finden. Wir brauchen Strom, sonst können wir die Reaper nicht aufhalten. Okay. Da lang. Ab in den Abfluss. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Die Reaper haben bestimmt keine Hilfe gebraucht, um den unterirdischen Transformator abzuschalten. Finden Sie den Transformator und bringen Sie ihn wieder zum Laufen. Falls die Leute... Also das hier zuerst. Auweia. Ja, das gibt Kraft. Fesseln und... Heilen. Oder? Heilen. Hilfen Sie mir. Danke. Hey, Janet, sind Sie da? Machen Sie auf. Der Typ ist okay. Ja. Sie müssen die Reaper stoppen. Sie haben einen Elektriker dabei. Und töten die, die Sie hier finden. Ja, und das gleiche werde ich mit ihm tun. Was jetzt? Starten Sie die Verteilerstation neu, indem Sie den Spannungsregler an der Vorderseite aufladen. Das sollte die Stromversorgung wieder herstellen. Ja, das heißt, da oben lang. Kumpel, rufst du mich? Ja. Ich verschlack gerade da und hat ein paar Sachen geholt. Sie hat kaum was gesagt, als ich dich erwähnt habe. Wow. Heilen. Sie hat mir fast an die Kurde gegangen. Sie glaubt, ich habe ihre Schwester getötet. Nein, das mit der Paketmacht war doch nicht deine Schuld. Du hättest da aufgehen können. Wann kapiert sie das endlich? Tja, nicht sehr bald, fürchte ich. Bis später. Ein bisschen zu spät reagiert. Aber jetzt kann ich sie jetzt schon. Steh ab. Steh ab. Geh doch. Oh. Geh doch. Oh. Elektro-Fesseln. Los, fall runter. Teilen. Heilen. Pew. Äh, die ist schon tot. Und? Machen Sie die Tür auf. Vergessen Sie es. Ich habe die Tür verbarrikadiert. Hier kommt niemand rein oder raus, bis sie sicher ist. Armer Kerl. Denkt immer noch, dass er Lin A beschützt. Trotzdem muss ich da irgendwie reinkommen. Ich kann ihm entweder einen Stromschlag verpassen. Oder ihm sagen, dass seine Frau tot ist. Und hoffen, dass er nachgibt. Lin A ist tot. Erschossen. Woher kennen Sie Ihren Namen? Sie müssen jetzt stark sein. Ich habe Ihre Leiche gesehen. Niemand konnte etwas tun. Ich hätte Ihnen nicht vertrauen dürfen. Ich tue, was ich kann. Versprechen Sie es. Ja, das werde ich. Reaper töten ist einfach ein Hobby von mir. Ich bin der Reaper-Nator nämlich. Reaper-Nator töten. Reaper. Hallo. Du wirst jetzt aufgeladen. Und schon hat ein Teil der Stadt wieder Strom. Oh, 500 Kp. Gute Arbeit. Die Stromversorgung in North Beach ist nicht hergestellt. Drei Verteilerstationen arbeiten allerdings noch nicht wieder. Ich markiere sie auf ihrem GPS, wenn ich sie finde. Genau. Das ist gut. Die Hälfte ist doch nicht. Wann gibt es eigentlich die Nebenmissionen? Heilen. Heilen. Normal. Heilen. Ähm. Muss ich immer? Hat das jetzt wann gespeichert? Ich weiß das nicht. Ich mache es aber auf jeden Fall auch mal manuell. Ah, es hat er nicht gespeichert. Und hier beende ich den Part und das war Let's Play Infamous Part 5 und bis zum nächsten Part. Jetzt ist dasチac. Vielen Dank.